Kandidatin Marika Aden aus dem Team Leuthäuser-Schnarrenberger, Bundesministerium der Justiz. Ich kann Ihnen dazu im Moment nichts sagen. Da kann ich im Moment nichts dazu sagen. Dazu kann ich Ihnen im Moment nichts sagen. Kann ich Ihnen nicht sagen. Nein, kann ich leider nicht. Ich kann ansonsten Ihnen da nichts bestätigen. Sehen Sie es mir bitte nach. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich bin ganz offensichtlich nicht dort, sondern sitze hier und kann Ihnen deswegen dazu nichts sagen. Selbst wenn ich dabei wäre, dann finden solche Gespräche üblicherweise vertraulich statt. Und dann könnte Ihnen aus diesem Grund auch nichts dazu sagen. Also, auch wenn es nichts zur Sache tut und ich nachher wahrscheinlich total beschimpft werde. Ich finde, dieses Hemd mit diesem Ding hier am Kragen, super. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Wie gesagt, ich bin bei diesen Gesprächen nicht dabei. Diese Gespräche werden vertraulich geführt. Wie gesagt, ich kann den Gesprächen zu diesem Thema nicht vorweggreifen. Zum weiteren Zeitplan kann ich Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Da kann ich Ihnen jetzt zum Zeitplan im Moment nichts sagen. Ich kann Ihnen keinen konkreten Zeitplan sagen. Das ist ein Auftritt aus einem Guss. Das stimmt alles. Das waren jetzt nur ganz grundsätzliche Ausführungen dazu. Zu Einzelfällen nehmen wir nie Stellung. Wir haben die Linie, dass wir da möglichst wenig kommunizieren wollen, was immer das heißt. Okay. Das ist ein Sprach.